Leute, das Perk-System kommt schneller als gedacht und es kommt tatsächlich schon in Season 19. Damit habe ich tatsächlich so nicht gerechnet. Das kommende Uprising-Event, wo auch Loba ihr Prestige-Skin bekommt, der by the way leider so gar nicht meinen Geschmack trifft, was ich sehr, 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 sehr schade finde, aber der Skydive-Try sieht ultra, ultra nice aus. In diesem Uprising-Event kommen die Perks. Wir gehen aktuell davon aus, dass ich kann die Perks schon mal einblenden. Ich weiß nicht, ob das ein Teil der Perks ist oder ob das alle Perks sind. Sollte das so sein, dass das alle Perks sind, wäre das jetzt nicht der absolute Reißer. Ich hoffe, da kommt definitiv noch mehr aktuell. Sollten wir aber davon ausgehen, dass das erstmal Event-exklusiv ist und es ist nur für den Battle-Royale-Modus. Es wird unter jedem Perk auch nochmal extra geschrieben, also Non-Ranked-Battle-Royale. Also nicht im Ranked-Aktive-Perks, so wie es in der mobilen Version genauso war. Und genauso habe ich es mir auch gedacht, wird es kommen. Und man geht davon aus, dass das jetzt wirklich in diesem Event ein Test sein wird, um zu sehen, wie kommt das an. Können wir das vielleicht in den kompletten Battle-Royale-Modus mit übernehmen, außerhalb eines Events. Und das würde ich tatsächlich extrem feiern. Und es kommt, es müsste der 5. Dezember sein. Sagen wir einfach der 1. Dezember-Dienstag. Ich weiß jetzt nicht, ob es der 5. oder der 4. oder der 6. war. Irgendwie sowas roundabout. Also es stimmt tatsächlich, was geleakt wurde. Und das finde ich extrem geil. Ich hoffe so sehr, dass das Fest ins System findet. Und ich möchte euch jetzt kurz 2, 4, 6, 8 Perks vorstellen. Die sind nicht alle der Reißer, aber sind auf jeden Fall sehr interessant. Der erste Perk, Medic Inventory. Du kannst zusätzliche Heil-Items tragen. Du kannst zusätzlich stapeln pro Slot. Medical Vision, du kannst Schildzellen, Batterien und alles, was so zum Heilen ist, kannst du durch Wände sehen in einem bestimmten Radius. Ungefähr so, wie wenn Loba legendäre oder epische Sachen halt durch Wände sehen wird. Dann haben wir das mit Granaten 1 zu 1 genauso. Du kannst mehr Granaten stapeln. Du kannst im nächsten Perk kannst du... Ne, der nächste Perk ist erstmal, dass deine taktische schnellere Cooldown hat. Also als hättest du einen goldenen Helm auf. Dann haben wir den nächsten Perk für die ultimative Fähigkeit ebenfalls. Wie ein goldener Helm wahrscheinlich. Grenade Vision oder Grenadier Vision. Das ist eben Granaten durch Wände sehen, wie bei Loba. Und dann haben wir Ability Charger und Squad Wipe. Wenn du ein gesamtes Squad niedermetzelst, wird deine taktische Fähigkeit schneller regeneriert. Und Speed on Knock. Wenn du einen Gegner knockst, bekommst du einen Geschwindigkeitsboost für einen bestimmten Zeitraum. Meiner Meinung nach klingt das jetzt nicht so extrem krass. In Verbindung mit bestimmten Legenden. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Fuse vorstelle. Mit dem Granaten Perk mehr stapeln. Und oder, sagen wir nicht und, oder. Mehr stapeln wäre jetzt nicht weiter wichtig. Aber Granaten durch Wände sehen. Da könnte das für Fuse schon echt feine, feine Sache sein. Würde ich auf jeden Fall ultra, ultra feiern. Wenn die Perks kommen. Leute, schreibt bitte mal in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Perks System? Aber ich bin der Meinung, so wie ich es euch jetzt vorgetragen habe. Da muss mehr kommen. Das klingt jetzt nicht ultra, ultra spannend. Deswegen hoffe ich, dass sie nahezu 1 zu 1 die Perks so übernehmen, wie sie in der mobilen Version waren. Weil da war es wirklich sehr, sehr legendenspezifisch. Also gehen wir hoffentlich mal davon aus, dass, was ich euch gerade gezeigt habe, nur ein Bruchteil der Perks ist. Wir werden es sehen. Leute, das war es schon wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.